Willkommen zurück mit Units das Sonnenscheintal in der Wurmer noch aktivieren. So, was erwartet uns hier schönes? Jetzt sehen wir erstmal eine Sprachnotiz. Wir müssen ja draußen noch das Ding aktivieren. Gut, was haben wir schon mal? So, da haben wir das aufgeladen, das viele Laboren. Können wir das Terminal suchen? Müssen wir schon in den Anruf reinkommen? Hey, du bist! Ich orte ein Signal von einer verlassenen RDA-Anlage bei diesem Feldlabor. Ist vielleicht brauchbar? Wäre schade, was Funktionierendes zurückzulassen, nicht? Koordinaten kommen! Bin unterwegs! Sehr schön! Inventar ist voll. Der Weg nach Hause, Teil 2. Okay. Gut, mit der nächsten Mission, meine Freunde, machen wir im nächsten Video weiter. Bis dahin!